Jo, bin ich dann mal ganz gut runtergefallen. Das kann passieren. Ehefrau, wir müssen Ihnen mitteilen, dass ich auch mal ein bisschen. Da wird noch niemals das Geschütz vor der Brücke zerstört. Da steht immer noch ganz hier. Lach ab. Sepp, Kanone nach rechts. Hier ist ein Dings im... Narret. So ein Schwimmbarwasser. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich sehe Kahn. Ich bin vor der Brücke, ne? Ja, ja, guck doch mal. Nach links oder nach rechts. Ach so. Ach, der ist leer, der ist leer. Ja, der ist leer. Ich habe Kahn.